Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft mit mir mit dem Sender 19.4 Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. So, wir gehen jetzt mal... Was? Ich kann nicht schlafen, wenn wir Monster in der Nähe sind. Das ist ja natürlich ein bisschen doof jetzt. Ja, jetzt. Heute wieder in der Let's Play Welt natürlich. Jetzt noch mal in der Let's Show Welt, da habe ich euch ja schon ein bisschen was gezeigt. So, mit mir noch Essen. Essen, Essen. Ja, Essen. Oh, da draußen verbrennt gerade ein Skelett. So, oben steht ein Trüben, Mann. Hallo. Höhöhöh, stirbt. Auf jeden Fall, was ich jetzt erst mal mache, ist, alles da in die Kiste packen. Denn ich habe was vor heute mit euch. Boah, unsere Kiste ist voll. Na, sublime. Nicht fast voll. Komm, wir machen uns eben noch schnell mit. Äh, wo ist denn mein Crafting Table? Auch die haben wir ja letzt mal mitgenommen. So, machen wir uns noch eben schnell eine Kiste. Hm, wir haben kein Holz mehr. Das ist ja natürlich jetzt nicht so supi. So, komm, eine Kiste reicht erst mal. Hm, komm. Ich stelle jetzt erst mal dahin, ist egal. Das Kies lassen wir da. Das Eisen können wir da. Die Erde. Nehmen wir mal ein 32er Stack mit. Dann lassen wir alles da. Die Schwerter nehmen wir mit. Die Tür, die Wolle. Das können wir alles da lassen. Die Eisenhacke brauchen wir nicht. Die Schaufel. Pfff. Ja, komm, ich lasse die Schaufel auch mal da. Ne, ich nehme mal eine Schaufel mit. Können wir immer gebrauchen. Ähm, die Kohle brauchen wir. Den Bogen lasse ich da. Wir haben eh keine Pfeile. Den Kies lasse ich auch da. Das Holz nehme ich mit, falls wir uns ein paar Stigis craften müssen. So. Ich will heute mit euch mal da hinten in die Höhle gehen, die wir ja letzte Folge entdeckt haben. Und mal gucken, was wir hier so schön finden. Hallo, Spinner. Die Spinnen greifen ja nicht bei Tag mit an. Oh, Knochen und Pfeile. Nice. Hm, Schweinefleisch. Hm. Stirb. Ich brauche dein Fleisch. Danke. So, ballern wir uns erstmal direkt ein Steak hier rein. Mamm. Noch eins hier. Komm. Mamm. Mamm. So. Jetzt gehen wir mal rein hier. Mal gucken, was uns hier erwartet. Können wir nehmen die ganze Kohle erstmal mit. Brauchen wir natürlich alles. So. Und dann gehen wir weiter runter. Wir haben ja ein paar Creeper gestanden. Letztes Mal schon. Ich hoffe, wir packen die. Nee. Das ist dummstechnisch. Technisch sieht es nicht so gut aus. Immer diese Zungenversprecher. Weiß mal, was man sagen. Wenn er verlabert sich trotzdem. Das ist schon krass. Alter. Lass mich in Ruhe meine Kohle hier holen. Du verdammter Penamon. Mann. Stimmt. Alter. Blöder Arsch. Oh, da ist gleich eine Spinny. Dann kommen wir mal her. Spinny. Er hat schon wieder Hunger. Verdammt. Wir regenerieren kein Leben. Das war doch keine gute Idee, hierher zu kommen. Boah, der Penner, Alter. Wir sind tot. Wir sind tot. Schnell was reinballern. So ein Arschloch. Fuck. Super. Oh mein Gott. Sind wir tatsächlich gestorben. Na, super. Scheiß Arsch. Skelett. Mann, so ein Scheiß Holzschwert. Was soll der ganz? Ja, ja. Zum Glück ist es ja nicht so weit. Können unsere Sachen wiederholen. Ey. Aber das ist echt ein bisschen dumm gemacht. Ey. Dass die jetzt so viele Schläge brauchen. Früher waren die mit 2-3 Schlägen kaputt. Und jetzt musst du 2-3 Schläge kaputt. 20 mal reinprügeln. Willst du das schaffen, ey. Bin ich ja mal gespannt, wie es mit dem Diamantschwert ist. Mann, ey. Das regt mich auf. Ich hoffe, der hat zu sehen. Natürlich. Der ist immer noch da. Es kript sich auf die Schnauze. Mann, Mann. Auf die Schnauze von mir. Der blöden Arsch. Verdammt. Das Holzschwert, Mann. Ich komm schon. So du Pisser, Mann. Ey. Wie er mich aufregt. Ich hab blöd. Dieses blöde Skelett. Ich hab hier einen Enderman. Na super. Jetzt ist auch noch ein Enderman hier. Oh Mann. Ich will doch nur die blöde Kohle haben. Ja. Ist das ein Enderman hier? Ist irgendwo ein Enderman in der Nähe? Super. Moment. Ich balle uns eben hier mal ein bisschen Essen an. So. So ein bisschen Leben wieder regenerieren. Bräuchte echt eine verdammte Eisenbrüste. Ich bin gerade ein bisschen angepisst. Sorry. Aber. Ey. Da kommst du in die Höhle und wirst direkt weggenarscht. Was soll denn das? Äh. Muss ich mal mehr machen. Halt die Klappe ändern, Mann. Jetzt machen wir uns noch verdammtes Holzschwert einmal. Was wir überhaupt nicht brauchen. Ich glaube ich crafte uns dann erstmal direkt eine Eisenrüstung. Wenn wir genug Eisen finden. So. Die Kohle nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So. Na super. Jetzt steht da auch noch ein Creeperman. Ähm. Tuttuttuttuttuttutt. Okay. Ich glaube das ist doch keine so gute Idee hier her zu kommen. Ohne Rüstung. Der macht uns kaputt. Naja. Wenigstens ein bisschen Eisen gefunden. Wie denn das soll's? Kloppen wir noch ein paar. Verkloppen wir noch ein paar Schweine. Die sind stärker als die. Wo ist denn jetzt das Fleisch? Äh. Gib mir mein Fleisch. Gib mir das 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 Fleisch. Woher Fleisch. Woher Fleisch. Woher Fleisch. So. So. Haben wir hier Fleisch abgezogen. So. So. War hier ein Nammel. Vielleicht gibt's ja hier irgendwo noch ein. Noch ein Hügel. Noch ein Hügel. Ja. Noch eine Hügel. So. Hier ist echt schön. Äh. Mit dem Blumen und so. Gefällt's mir. Was ist denn? Das hier. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Riesenschluch. Cool. Das hier. Mh. Sieht schon. Sieht schon cool aus. Gibt's auf jeden Fall auch Eisen. Aber. Äh. Da will ich jetzt noch nicht dran machen. Wir brauchen unbedingt einen Diamantschart. So. Gucken. Was es da gibt. Er hat schon wieder Hunger. Wir müssen nach Hause. Und jetzt ein bisschen zu essen braten. Hey. Wie schnell der Typ jetzt auch immer Hunger hat. Bestimmt so ein fetter. Haha. Der den ganzen Tag nur am Mampfen ist. Das ist keine Beleidigung jetzt gegen Dicke. Ich mag Dicke. Die sind sehr lustig. Aber. Es kann ja sein, dass der Typ so oft Hunger hat. Äh. Wir haben uns gerade was reingeballert. Und er hat noch. Schon wieder mega Hunger. So. So. Wie kann er unsere Sachen wieder bekommen. Einstens. Ja. Vielleicht echt sauer gewesen. Ich komme den Bogen nämlich jetzt mal mit. Pfeile haben wir jetzt. Hier noch Pfeile drin. Ja. 14 Pfeile haben wir jetzt. Es läuft. Die Fehler lasse ich hier. Guck mal. Wir haben doch Brote gehabt. Oder haben wir die schon gegessen. Die haben auch schon gegessen zu haben. So. Ach das ist gebraten. Jetzt warte mal. Moment. Kurz husten. Sorry. So. Da bin ich wieder. So. Gehen wir mal weiter hier in die Höhle. In die Höhle. Auf Höhlen suche natürlich. Mann. Heute. Heute habe ich irgendwie. Die Höhle. Hier. Alles reinballern. Hier. Hunger muss gestillt sein. Wow. Geil. Was ist denn das da oben? Gibt es ne Höhlen? Hier oder was? Das ist ne Höhle. Das ist auch ne Höhle. Einfach mal hier denn schon. Ich glaub da war. What the hell? Ey. Hier ist ausgeleuchtet. Wie kann der denn da sein? Bitte. Jetzt gibt es auch die Schnauze. Jetzt gibt es auch die Schnauze. Jetzt ist er dran. Jetzt stimmt. Alter. Sind wir das wie viele Schläge? Ey. Wie viele Schläge brauchen die denn? Es ist doch nicht normal. Ganz ehrlich. Es ist ein bisschen übertrieben. Wie viele Schläge die jetzt mittlerweile waren. Und unser Körper ist voll mit Pfeilen. Weil wir sind ja hart. Einfach rausziehen. Und dann. So scheißen. So. Oh. Eisen. Nice. Freut mich. Eisen ist immer gut. Ich trau mich. Diamanten. Äh. Oder kommt das jetzt echt auf die Rüstung an? Haben die das? Ich hab mir die Patch noch zu machen. Nein. Ich müsste das echt mal machen. Bevor ich mich hier so aufrege. Ähm. Vielleicht ist es ja einfach so. Die Rüstung hält mehr aus. Aber du machst dafür weniger Schaden. Aber dann brauchst du ja trotzdem ja wieder eine Diamantrüstung. Und bis du so viele Diamanten für eine Diamantrüstung gefunden hast. Dann ist es Weihnachten. Weiß Bescheid. Wie lange da brauchst du. Guck mal wo es hier lang geht. So. So. Da kommen. Da waren wir gerade. Die Pferde lasse ich in Ruhe. Ich mag Pferde. Sehr schlaue Tiere. Was ist denn da oben? Das scheint auch noch eine Hülse zu sein. So. So. Aber. Ähm. Hä? Ups. Ich höre hier irgendwo Zombies. Ich frage es nur wo. Oh. Bombus. Nice. So. Dann würde ich sagen. Dann war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Mit Ö.